Ich begrüße Sie zum Presseclub. Nach den letzten Zahlen schafft die Bundesrepublik Deutschland nicht einmal den Einstieg in die Europäische Währungsunion. Das hat uns gerade noch gefehlt. Die Gründe, die Schulden laufen aus dem Ruder, ebenso die Haushaltsdefizite. So jedenfalls das Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute. Halb so wild, sagt die Bundesregierung, wir bekommen das schon in den Griff. Wer hat nun Recht, die Wirtschaftswissenschaftler oder die hohe Politik? Steht Europa jetzt schon auf der Kippe dazu heute? Der Presseclub mit auf...